Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Jahresrückblick 2016. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht über das vergangene Jahr, habe ein paar Highlights herausgesucht, ein paar Flops, ein paar Dinge, die ich einfach toll fand, ein paar Dinge, die vielleicht auch mein Lesen verändert haben. Ich habe ein bisschen Statistik betrieben und ja, 2016 geht glaube ich ja auch als das Jahr durch, in dem wirklich sehr sehr viele Prominente gestorben sind und auch dazu möchte ich am Ende vielleicht noch ein bisschen was sagen, weil da doch so mancher dabei ist, das mich berührt hat und auch so grundsätzlich zu diesem Thema, wo dann so viele sagen, das war ein schlechtes Jahr. Eigentlich glaube ich war es das aus ganz anderen Gründen, aber ja, nehmt euch einen Tee, einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen. Ich glaube, es könnte ein bisschen länger dauern. Ich versuche mich natürlich kurz zu fassen, aber für gewöhnlich dauert der Jahresrückblick einfach ein bisschen länger, wenn man eben alles so zusammenpackt und natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen möchte. Ja, so grundsätzlich muss ich sagen, fand ich das Jahr 2016 für mich persönlich doch ganz okay. Es gab so Hoch und Hochs und Tiefs und ja, im Grunde war es einfach ein normales, ich würde trotzdem sagen gutes Jahr. Gerade beruflich habe ich so ein bisschen Ruhe gefunden, habe ja in eine neue Gruppe gewechselt und man merkt einfach, wenn man eben diesen Großteil, es ist ja doch ein Drittel des Lebens, dass man mehr oder weniger mit acht Stunden am Tag in der Arbeit verbringt, wenn das ansatzweise okay ist und rund läuft und ich sage jetzt auch mal ruhig läuft, indem es eben keine Quengeleien oder Streitereien oder so gibt, dass man da einfach auch das natürlich ins Privatleben überträgt. Dementsprechend war es ein gutes Jahr, ein ruhiges Jahr mit ein paar wunderbaren Highlights und ja, ich würde jetzt hier so als das 16er als ein gutes Jahr abschließen und auch was Gesundheit angeht oder eben Krankheiten und all das, was ja doch das Leben manchmal erschwert, war dieses Jahr, also zumindest so bis jetzt, ich mal auf Holz klopfen dreimal. Toi, 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 war das soweit okay? Oh, jetzt hat meine Katze den Ikea-Beutel entdeckt. Ja, naja, ich hoffe mal, sie merkt gleich, dass sie da nichts zu suchen hat und kommt wieder raus. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Ja, also im Grunde ein gutes Jahr. Was ein bisschen gefehlt hat, war so eine Woche am Meer. Ja, vielleicht können wir das 17 mal irgendwie ändern. Das fehlt mir tatsächlich so jetzt ein bisschen, dass ich Fernweber komme. Aber mal schauen, was das neue Jahr bringt. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen Buchstatistik und ich habe da auch so ein bisschen die Zahlen aus dem letzten Jahr vergleichsweise mehr hergenommen, um ein Gefühl zu bekommen. Was sagen denn die Zahlen? Wir fangen an mit den neuen Büchern. Es sind sage und schreibe 210 neue Bücher bei mir eingezogen. Dabei ganz egal, ob es E-Books waren, ob es gebrauchte Bücher waren, ob es wirklich Neuerscheinungen waren. Das habe ich nicht unterschieden, sondern es waren 210 Neuerscheinungen, also neue Bücher. Ich muss sagen, das ist schon echt eine ganze Menge. Ja, ich glaube, dass tatsächlich recht viele E-Books dabei waren, so gefühlsmäßig, aber natürlich auch wirklich Neuerscheinungen als echte Bücher oder eben Rebuy, Medimops, Avel, wo ich ja doch sehr, sehr gerne auch bestelle. Im Vergleich waren es nur 142 Bücher im Jahr 2015. Also es war definitiv kaufreicher in diesem Jahr, was ich persönlich aber nicht schlecht finde, weil natürlich auch die Zahl der gelesenen Bücher ein bisschen mehr waren. Sie kommen leider nicht an die 200 ran und ich hatte noch gehofft, diesen nächsten Schritt dann zu knacken, aber aktuell stehe ich bei 149 Büchern. Mir fehlt also sage und schreibe noch ein Buch zu den 150 und ich muss ehrlich sagen, das finde ich echt toll. Also darüber habe ich mich echt gefreut, dass da, ich sage mal, fast 150 Bücher stehen. Ich habe die aktuellen beiden, dass ich höre und auch lese, noch nicht dazu gezählt, weil ich nicht wusste, ob ich die tatsächlich bis Samstag beendet bekomme. Ansonsten, ja mein Schatz, ansonsten wäre natürlich, hätte ich die 150 geknackt. Also das finde ich schon großartig. Also finde ich toll. Vergleich waren es letztes Jahr nur 106, also nur, nur 106 Bücher. Also man merkt, ja, es war ein wirklich lesereiches Jahr und ja, es freut mich. Also ich finde immer so 100 Bücher eigentlich wirklich einen tollen Schnitt und habe mich wirklich über die fast 150 mega gefreut. Auf Seiten gerechnet waren es 56.891 Seiten, echt der Hammer. Im Vergleich im Vorjahr waren es nur 41.088. Also auch seitentechnisch ist natürlich viel passiert und auch in der Durchschnittsseitenzahl pro Tag. Da habe ich im Durchschnitt 156 Seiten am Tag gelesen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 113. Und auch hier schiebe ich es zum einen tatsächlich auf die E-Books, die ich eben wirklich viel in der Mittagspause gelesen habe. Dadurch, dass ich ja gerade in Spätschichtpausen ja im Grunde nicht irgendwie Möglichkeit habe, mit Kollegen einen Kaffee oder so zu trinken, wie es in der Frühschicht der Fall ist. Weil wenn man um drei Uhr Pause macht, da gehen viele eben schon nach Hause und man da natürlich die halbe, dreiviertel Stunde Pause dann genutzt hat zum Lesen. Und auch etwas, worauf ich später nochmal komme, waren die Hörbücher, die ich dann wirklich einfach auch unterwegs hören konnte. Und wenn ich sonst vielleicht nicht gelesen hätte, Musik gehört hätte und dann eben ein Hörbuch gelesen habe. Natürlich macht das jetzt keine 50 Seiten wahrscheinlich im Durchschnitt am Tag aus. War bei mir aber definitiv schon etwas, wo ich sage, da würde ich das auf jeden Fall sehen. Und dass ich, ich glaube, noch entspannter gelesen habe als sonst, was jetzt total kurios klingt, aber dadurch, dass für mich Lesen einfach nach wie vor ein großer Spaß ist, glaube ich, war das wirklich auch so ein bisschen der Grund dafür, ja, dass es tatsächlich mehr wurde. als im Vorjahr. Und das letzte war, letzte Jahr war eben auch einfach durch Krankheit und viel Stress geprägt. Und das war eben dieses Jahr vergleichsweise nicht so. Jeder hat natürlich Stress. Ich, das möchte jetzt gar nicht so sagen, dass ich hier einen ganz entspannten Tag habe. Ich meine, ich gehe auch acht Stunden am Tag arbeiten, in denen ich dann mehr oder weniger nicht lesen kann. Aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Also 156 Seiten im Durchschnitt am Tag ist wirklich der Hammer. Ich glaube, das ist aber auch wirklich nicht mehr zum Toppen. Ja, der beste Monat Durchschnittszeiten zahlen. Technisch war tatsächlich der Juni, was mich gewundert hat, weil ich ja im August Urlaub hatte und dachte schon Juni, Juni. Hm, komisch. Da habe ich 198 Seiten am Tag geschafft. Wahnsinn. Ich glaube, ich hatte da, hatte ich da mal eine Woche vielleicht Urlaub drin. Das kann durchaus sein. War da Pfingsten? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch gar nicht nachgeguckt. Hat mich echt gewundert. Und der beste Monat, was Highlight-Bücher angeht, war ebenfalls der Juni mit vier Highlights. Also, ja, es war durchweg ein positiver Monat. Dann wiederum anders ist der schlechteste Monat, was die Durchschnittszeiten angeht, der Februar gewesen mit nur, also dieses nur, ne, immer in Anführungszeichen, mit nur knapp 122 Seiten am Tag. Also tatsächlich relativ wenig im Vergleich. Und, äh, Flop-Bücher hatte ich am meisten im März, denn da waren es vier Flop-Bücher. Also, ja, war tatsächlich hier so der Anfang des Jahres noch eher negativer geprägt als dann der Rest des Jahres. Highlights. Insgesamt hatte ich 2016. Da war ich total perplex. Also, ich habe ja so ein Buch der Bücher, bzw. habe das dann auch so ein bisschen in Excel gepflegt. Und ich hatte als Highlight markiert 26 Bücher, was ich echt den Hammer finde. Und unter Highlight-Buch sind eben die Bücher, die mich in dem Monat wirklich begeistert haben. Und ich finde, das ist gar kein schlechter Schnitt von 150 Büchern, 26 Highlights. Das ist schon gar nicht verkehrt. Flops bzw. abgebrochene Bücher waren es nur 13. Also, finde ich auch im Vergleich, äh, wirklich, ähm, wenn auch die 13 Bücher natürlich schade waren. Aber, ja, das, ähm, finde ich, äh, so. Vom, vom eigenen Gefühl finde ich 13 von 150 echt nicht, äh, einen schlechten Schnitt. Besonders gefreut habe ich mich, dass ich, äh, 71 Hör-E-Books, E-Books gelesen habe, äh, was ich echt toll fand. Also, darüber habe ich mich echt gefreut, dass, äh, fast die Hälfte der Bücher E-Books waren. Das ist ein Vorsatz für mein neues Jahr. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen aussortiert meine Bücher. Ich habe, äh, bei Rebuy verkauft, bei Momox verkauft. Ich habe einige gerade Rezensionsexemplare an Freunde weitergegeben. Beziehungsweise, ähm, gibt es eben auch von zwei Freundinnen von mir schon Kinder, die im jugendlichen Alter sind. Und, äh, wo man natürlich sagt, hey, so eine Trilogie mit A20 Euro pro Buch, äh, ja. Und wo ich dann einfach sage, hey, lass das Kind lesen und mach mir dem Buch, was du möchtest. Mich hat es nichts gekostet und ich kann sozusagen da auch einfach nochmal vielleicht einen neuen Bücherwurm unterstützen. Und, ähm, wenn sich Kinder darüber freuen, dann freue ich mich auch. Und alles andere ist jetzt auch mal, wo ich bei Rebuy raus und bei Momox und was so gar nicht ging, ist aufs Dach gekommen. Ich habe wirklich gut, äh, aussortiert. Ich habe noch nicht alle Bücher weg, wo ich mir denke, hm, aber das ist natürlich auch ein Prozess. Und ich möchte einfach ein bisschen Platz schaffen. Ich möchte Büchern auch Platz geben. Und ich möchte aber nicht auf neue Bücher, Neuerscheinungen verzichten. Und ich werde wirklich versuchen, die dann eher als E-Book zu lesen. Und tatsächlich eher dann, wenn es dann eben gebrauchte Wunschlistenbücher sind, dann natürlich die bei Rebuy, wo auch immer, ähm, natürlich herzubekommen. Das ist natürlich um einiges günstiger. Aber wirklich so Neuerscheinungen, wenn ich mir die kaufe oder die Leseclubbücher oder was auch immer, die dann eher tatsächlich als E-Book, äh, zu kaufen. Weil es ist bei mir wirklich so ein Platzthema. Und es ist bei mir einfach so mittlerweile durch das etwas minimalistische Leben, was ich bei Nagellacken, Klamotten, Schuhen, Taschen schon wirklich gut hingebracht habe, merke ich das tatsächlich. Also ich habe auch mein CD-Regal ausgemistet, meine DVDs. Und ich merke so, von Büchern kann ich mich schwerer trennen. Und, ähm, weil das so, man hat, also ich persönlich habe da so einen Bezug dazu. Und, ähm, ja, ich glaube, deswegen werden es jetzt einfach ein bisschen mehr E-Books. Und, äh, ja, ich finde schon toll, dass über die Hälfte, ähm, der gelesenen, oder fast die Hälfte der Bücher E-Books waren. Und zwölf Hörbücher habe ich gehört. Denn ich bin dieses Jahr wirklich begeisterter Audible-Hörer geworden. Und, ähm, habe da durch jeden Monat mir ein Hörbuch geholt. Wie man so sieht, habe ich auch grob immer das Hörbuch, äh, gehört. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Hörbücher extra gehört, ähm, als, ähm, als CD über den MP3-Player. Äh, wo ich aber merke, dass wenn der Sprecher da einfach sehr langsam ist, mich das unglaublich nervt. Und ich, äh, bei E-Books einfach vorspulen, die Geschwindigkeit höher drehen kann. Und dann so gelesen wird, wie ich auch lesen würde. Und ich das viel angenehmer finde, als wenn ich ständig denke, bei jedem Wort, oh, jetzt sprich, sprich, sag was, mach was. Und, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, das so zur Statistik. Im Grunde bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit den gelesenen Büchern, mit den, ähm, Highlights, mit den Seiten der Durchschnittszahl. Ich glaube, mehr geht gar nicht für mich persönlich. Also, das ist, äh, da müsste ich dann vielleicht mal meine Stunden in der Arbeit reduzieren und von, von Booktube leben. Das wäre ja so ein Traum. Na, liebe Susan? Ähm, ja, ich glaube, das wäre wirklich für viele Leser wünschenswert, wenn sie zum Beruf einfach Leser werden könnten und so irgendwie gefühlt den ganzen Tag in Büchern lesen und dann vielleicht zwei Bücher am Tag schaffen, anstelle in der Woche. Und, ähm, ja, ich glaube, da würden wir alle von träumen. Aber so finde ich das wirklich absolut in Ordnung. Und, ähm, man merkt eben, wenn man auch was mit, mit Leidenschaft macht und Lesen ist bei mir eine Leidenschaft, ein großes Hobby. Ich, ähm, na, dann ist das eben auch, wo man eben auch einfach dem Hobby Zeit gibt. Und, ähm, ja, da sieht man dann eben, wie gut es laufen kann, in meinem Fall. Und ich bin wirklich happy darüber, also, dass das auch so tolle Bücher waren, 26 Highlights. Und ich denke, auf die gehen wir dann gleich noch ein bisschen näher ein. Und da wir schon bei den Highlights sind, würde ich sagen, fangen wir auch mal so mit ein paar Highlights an. Ich werde jetzt nicht alle 26 Highlights in die Kamera halten. Nein, ich möchte ein paar lebensverändernde Bücher vorstellen beziehungsweise auch Bücher, die mich zu neuen Autoren gebracht haben. Und, ja, ich meine, das Jahr war bestimmt von, ähm, das Lied von Eis und Feuer. Ja, ähm, ja, was soll ich sagen? Es ging ja schon letztes Jahr los, kurz vor Weihnachten, dass ich mit der Serie begonnen habe, die ersten fünf Staffeln gesuchtet habe, dann diesen wunderschönen englischen Schuber zum Geburtstag erhalten habe und da auch schon Band 1 bis 4 gelesen habe. Mittlerweile lief auch schon die sechste Staffel im Sky-Fernsehen. Und, ähm, ja, das ist etwas, was wirklich mein Lese-Serien-Leben verändert hat. Ja, man, mir fehlen da sogar irgendwie die Worte. Denn diese Reihe ist wirklich etwas ganz Besonderes, die ganz viel in einem macht, die mich fast täglich dazu bringt, über irgendwas nachzudenken, wie könnte es der Autor gemeint haben, wo führt uns diese Geschichte hin. Das Warten auf die Staffel, die tollen Hangouts, die wir zur sechsten Staffel gemacht haben, wo ich wirklich allen Teilnehmern auch dankbar bin und mich jetzt schon auf Staffel 7 freue und auf unsere Hangouts. Und, ja, das ist einfach eine Geschichte, die einen ganz, ganz tief packt, mitnimmt, mitreißt und jetzt auch der fünfte Band im neuen Jahr auf mich wartet, weil ich die Hoffnung habe, dass der sechste Band in 2017 endlich fertig wird. Und da möchte ich ja bereit sein, ne? Also, das ist gar keine Frage. Und, also wirklich auch dieser schöne, schöne Schuber. Ähm, ich weiß nicht, ja, ich glaube, hinten sieht man noch ein bisschen was Schönes. Und, ähm, ja, finde ich großartig. Und wer sich jetzt fragt, ob ich das auch auf Deutsch lesen werde, ich glaube tatsächlich ja. Ich werde mir die deutschen Bücher holen. Werde aber hier wohl auf die E-Books irgendwie mal irgendwann zurückgreifen, weil, ähm, ich glaube dann tatsächlich zehn von diesen Wälzern, da sind wir dann wieder beim Platzproblem. Wobei die neuen Ausgaben, diese großen schwarzen Ausgaben, schon sehr schön sind. Aber, ja, jetzt erst mal in Englisch. Und ich muss auch sagen, das amerikanische Englisch von George R. Martin finde ich wirklich auch gelungen. Und durch die Serie bekommt man halt schon einfach so einen Grundstock an Infos und an Sprache mit und versteht es halt einfach viel besser. Ich würde auch jedem wirklich empfehlen, mit der Serie einfach mal anzufangen, damit man vielleicht zu diesen vielen Charakteren einfach schon ein Gesicht hat, eine Vorstellung hat, wo es hingeht. Und ich glaube, dann tut man sich mit dem Lesen tatsächlich leichter. Und, ähm, ja, ja, also ein absolutes Jahreshighlight. Alles, was sich irgendwie um Game of Thrones, um das Lied von Eis und Feuer dreht. Ähm, es hat mich wirklich das ganze Jahr durchweg begleitet. Ja, die nächste Reihe, da habe ich aktuell nur den zweiten Teil da. Daher zeige ich den. Also ich habe ja nur den zweiten, die zwölf, ähm, tatsächlich, äh, in echt sozusagen hier liegen. Ja, es ist die Passage-Trilogie von Justin Cronan. Und eigentlich fehlen mir die Worte dafür, das zu beschreiben, was ich beim Lesen und auch im Nachgang und auch heute noch empfunden habe. Es ging ja, glaube ich, los im September mit der Übergang, die zwölf. Dieses Buch haben wir dann im Oktober gelesen und im November kam ja dann die Spiegelstadt heraus. Wir haben also alles relativ zeitnah durchgelesen und wir haben uns das wunderbar eingeteilt. Immer so in zwei Wochen, äh, Schritten. Also das war in zwei Wochen mit den Büchern fertig waren. Nicht nur das gemeinsame Lesen war hier ein Highlight und da sind alle Mitleser einfach mal gegrüßt von mir, sondern auch diese Geschichte. Die Atmosphäre, die Justin Cronan in diesem Buch geschaffen hat, diese düstere Science-Fiction-Dystopie, diese Atmosphäre, diese Charaktere, die so viel Raum bekommen haben, so viel Gefühl und wo einen, ah, es einfach unglaublich gemacht wurde, dass das zu begreifen, was in dieser Geschichte passiert, bei dieser Endzeit-Apokalypse, wo ein Virus ausbricht. Und es klingt so, so banal, doch Justin Cronan hat etwas so Gigantisches erschaffen, so etwas Episches in seinen knapp 3000 Seiten Geschichte. Und es ist wirklich der Hammer, wie die Zusammenhänge vom ersten über den zweiten in den dritten Teil sind, wie sich alles irgendwie auflöst und dann, man zwar Antworten bekommt, aber sich neue Fragen auftun und man wirklich so gebannt in dieser Geschichte ist. Und Penguin hat es schön unter einem Kommentar von mir gefasst, das Lesen vor, das Lesezeitalter vor der Passage-Trilogie und danach. Und so ging es mir tatsächlich und geht es auch noch, dass ich sehr vieles mit den Gefühlen vergleiche, was ich hier drin gefühlt habe. und das tatsächlich eine Reihe ist, die ich mir zum Beispiel ganz bewusst jetzt in mein Regal stellen würde und sagen würde, die möchte ich unbedingt in schöner Form im Regal haben, weil es einfach so Bücher sind, die einen tief berühren, die einen tief greifen, die einen mitreißen, die einen manchmal auch sprachlos zurücklassen und man manchmal wirklich nur mit offenem Mund vor der Geschichte saß und sich dachte, what? Was hat er da geschrieben? Wie hat er es geschrieben? Was habe ich da gelesen? und man ist einfach hin und weg und man sollte sich nicht abschrecken lassen von den vielen Seiten und ich persönlich fand auch nicht, dass da Längen oder so drin waren. Es ist halt sehr, sehr umfangreich erzählt, sehr atmosphärisch erzählt und das ist ja was, das ich einfach gerne habe und ja, die Passage-Trilogie gehört in diesem Jahr auf jeden Fall dazu und ist für mich nicht nur, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ein Jahres- oder Lese-Highlight, sondern ein Lebens-Highlight und das ist zusammen zum Beispiel mit das Lied von Eisenford, weil wirklich was, was mich markant im Lesen geprägt hat, wo ich jetzt so denke, so Jugend-Dystopien, ja, was soll ich damit? Na, also das ist, es soll gar nicht abwerten, dieser Jugend-Dystopien sein, aber das kann eben nicht dieses Gefühl wahrscheinlich mehr in mir auslösen als vor der Passage und das ist eben auch mit diesem Lese-Zeitalter gemeint, wie es Pingwing so schön formuliert hat. Danke übrigens für den Kommentar. Dann habe ich eine Autorin entdeckt, dank der lieben Miriam, die ihr auch kennt unter MJ Lee's, die hat mir zum Geburtstag ein Büchlein geschickt, ich glaube, es war auch ihr Jahres-Highlight im letzten Jahr, von Adriana Popescu, Lieblingsmomente. Und wie man sieht, ist das gespickt mit Post-its, denn diese Geschichte ist was ganz anderes, als über das, was wir jetzt bisher gesprochen haben. Diese Geschichte von Adriana hat mich einfach gefühlsmäßig so gepackt, so begeistert, so mitgerissen, mich zum Lachen, zum Weinen, zum Schmunzeln, zum Nachdenken gebracht. Adriana hat eine unglaubliche Art, eine Geschichte zu erzählen, Charaktere zu erschaffen, die wachsen zu lassen und wirklich in der Geschichte so viel Weisheit, Witz, Humor und echt so einzupacken. Sie packt das Leben in die Bücher und das auf wirklich grandiose Art. Und zudem ist sie noch eine tolle YouTuberin, die ich sehr gerne angucke mit Vlogs und ich habe sie auch auf der Frankfurter Buchmesse kurz treffen können und das ist einfach, das macht einfach Spaß, ihrem Kanal zu folgen, ihren Geschichten zu folgen. Ich habe Lieblingsmomente gelesen, Lieblingsgefühle, Paris, du und ich und freue mich auf die kommenden Bücher und das ist wirklich auch eine Autorin, wo ich so dankbar bin, dass ich sie entdeckt und gefunden habe und die ist einfach großes Kino. Also ganz was anderes, aber einfach etwas, was mir im Herzen geblieben ist, ein Buch, was ich unbedingt nochmal lesen möchte, wo ich am besten möchte, dieses Gefühl immer wieder haben, wenn ich es lese und das mir wirklich unglaublich gut gefallen hat und mich einfach begeistert hat. Dann zu einem Buch, das im Januar auch direkt, ich sag mal, mit einem Hammerschlag eingeschlagen ist und auch der zweite Teil mich Ende des Jahres total begeistern konnte, die Elias und Laia-Reihe von Sabah Tahir, hier der erste Band, Die Herrschaft der Masken. Auch der zweite Teil ist schon erschienen, ist ganz in weiß und das ist ein Buch, das ich als Hörbuch gehört habe im Januar, ein Hörbuch, das ich überall mit hingenommen habe, auch den zweiten Teil, das hat mich bis auf die Toilette verfolgt, total irre fand ich das. Ich habe es zehn Minuten Autofahrt gehört, ich habe es überall gehört, beim Anziehen, beim Umziehen, beim Aufwachen, vorm Einschlafen, was dann aber nicht gut war, weil ich dann gar nicht schlafen wollte, in der Badewanne, beim Kochen, beim Aufwaschen, überall. Und sowohl Band 1 wie Band 2, denn das ist eine Geschichte, die einen auch tief im Kern mitnimmt, auch wenn sie eine etwas jugendlichere Art von Dystopie ist, ist es trotzdem eine sehr erwachsene Geschichte, eine sehr brutale Geschichte, eine Geschichte, die einen durch dieses System, was hier herrscht, wirklich sehr mitnimmt, sehr zum Nachdenken anregt. Es sind tolle Charaktere, die einfach so über sich hinaus wachsen, die einfach merken, was richtig und falsch ist, nicht immer danach handeln können, weil so ist das Leben und das einfach auf grandiose Art spannend ist. Und diese beiden Bände haben mich dieses Jahr wirklich mitgerissen und wie ihr seht, der erste Band durfte dann bei mir auch als echtes Buch einziehen, weil ich sage, das ist eben auch so, das ist so eine Buchreihe, die will ich im Regal stehen haben, zumindest aktuell. Wer weiß, was passiert, wenn die nächsten Bände kommen, das weiß man ja immer vorher nicht. Aber hier, ich war wirklich hin und weg. Ich freue mich so auf den Rest der Reihe, bin so gespannt, wie das weitergeht, und ausgeht und auch dieses orientalische und ach, einfach toll. Also ich bin absolut begeistert von dieser Geschichte und wirklich was, was mich lange danach auch noch beschäftigt hat, wo ich dem zweiten Band entgegengefiebert bin, total erfreut war, als das Hörbuch dann, glaube ich, doch zwei Wochen eher da war, dann Mitte November und es ist genau das gleiche Gefühl, gleich wieder. Also man mit so einem Krippeln hört und mit Herzrasen und dann auch mal sprachlos davor sitzt und denkt, das hast du nicht gelesen. Und das sind eben diese Bücher, die etwas in einem machen und weswegen man, glaube ich, tatsächlich auch liest. Und es ist eben so, wie mit dem Frosch und dem Prinz, es bedarf eben vieler Frösche und es sind in diesem Jahr eben 13 Frösche gewesen, um trotzdem 26 Highlights Prinzen zu finden und das gehört auf jeden Fall für mich dazu. Dann gehört für mich auch dazu die Katze des Dalai Lamas, alle drei Teile, die ich im Sommer direkt auch ziemlich hintereinander gelesen habe. Ich bin auf den dritten Band aufmerksam geworden und habe dann dankenswerterweise vom Verlag auch Band 1 und 2 schon noch bekommen und auch Band 3 dann, wie er erschienen ist. Und das waren Bücher, die ganz viel in meinem Herzen und in meinem Denken verändert haben. Ich bin der buddhistischen Philosophie ja sehr offen gegenüber. Ich fühle mich der auch sehr zugezogen und möchte da aber gar nicht in irgendeiner Art und Weise religiös oder Sonstiges werden, denn für mich ist Buddhismus tatsächlich keine Religion im üblichen klassischen Sinne, sondern wirklich eine Philosophie. Und mir gefallen viele, viele Ansätze aus dieser Philosophie, weil sie mir persönlich auch so viel geben, so viel mit mir und meinem Gedanken und auch meinem Herzen übereinstimmen. Und dieses Buch hat es einfach geschafft, noch mehr in mir zu verändern, Denkanstöße zu geben und mich mitzureißen. Und das auf wunderbar unterhaltsame Weise. Denn wir haben hier eben die Katze, das Dalai Lama. Die Katze zieht ins Kloster des Dalai Lamas ein und huscht eben typischerweise katzenmäßig durch die Tempelanlagen und drumherum, trifft eben auf Menschen, die auch mit ihr sprechen, die ihre Weisheiten an die Katze mehr oder weniger im Gespräch weitergeben. Und wir sehen eben alles durch die Augen der Katze. Im Übrigen eine doch etwas arrogante Katze. Ich glaube, so sind all unsere Katzen. Und das Schöne war eben, es war mit so einer Lockerheit, Leichtigkeit erzählt, dass einen wirklich begeistert hat, mich mitgerissen hat. Und diese Seiten sind da hingeflogen und gepickt dazwischen sind eben diese wunderschönen Gedankengänge, Denkanstöße, diese wunderbare Philosophie und das hat mich einfach total begeistert. Auch das ist eine Trilogie, die ich auf jeden Fall im Regal stehen haben möchte, vielleicht im neuen Jahr, weil ich da auch gerne einfach mal so wieder hineinblättern möchte. Ja, das kann man bei einem E-Book auch, ich weiß. Aber da ist es tatsächlich, finde ich, Herzensbücher gehören auch ins Herzensregal, in den Herzen des Raums, um eben das eigene Herz dann zu erwärmen. Und die Reihe gehört auf jeden Fall für mich dazu. Dann habe ich eine wunderbare Autorin kennengelernt. Mit einem Riesenprojekt durfte sie dann auch in einem Hangout interviewen. Und da ich jetzt fast jeden Monat seit dem Sommerhit Hashtag Folge Deinem Herzen jeden Monat fast ein Buch von ihr gelesen habe, muss Jackie Fellgood einfach auch mit hier rein. Denn diese Frau hat so viel Power, so viel Kreativität, so ein Talent, Geschichten zu schreiben, Charaktere zu erschaffen und diese auch rüber zu bringen, diese wachsen zu lassen, Humor zu bringen, Gefühle. Alles schafft Jackie Fellgood. Ich bin so begeistert mit ihrem Projekt Zwölf Bücher in zwölf Monaten, wo es ihr ja darum geht, einfach zu zeigen, man muss Geschichten auch einfach mal beenden und es herausbringen und sie wirklich jeden Monat ein Buch herausgebracht hat. Das letzte diesen Jahre steht noch bevor. Ich bin mega gespannt darauf. und mit Hashtag Folge Deinem Herzen, das habe ich im August gelesen, es ist ein absolutes Sommer Lieblingsbuch geworden, das mich wirklich begeistert mit dieser Vloggerwelt, die uns gezeigt wird und ja, sie hat mich einfach mitgerissen und seitdem wirklich mit jedem Buch. Es gab kein Buch, oder es gab, doch, es gab kein Buch, das mich irgendwie enttäuscht hat. Ja, ich glaube, so passt der Satz wieder und ich bin wirklich hin und weg, egal ob es Liebesroman sind, ob es eher humorvoller wird oder ob es dann auch weihnachtlich wurde und ich freue mich auf die Geschichten, die ich noch nicht von ihr gelesen habe. Mich interessiert ganz, ganz groß ihre Fantasy Trilogie. Da bin ich mega gespannt, was ja auch, glaube ich, so ein bisschen Richtung Dystopie geht. Freue ich mich mega drauf und ich muss einfach sagen, Jackie hat mich dieses Jahr immer wieder gepackt, immer wieder begeistert und auch wirklich mir immer wieder Lust auf neue Bücher von ihr gemacht, was nicht nur an den Büchern liegt, sondern natürlich auch an dieser, an dieser tollen Art, die Jackie an den Tag legt und ich fand auch den Hangout wirklich grandios und hatte so viel Spaß mit ihr und ja, absolut auch von mir Herzensbücher und ich bin so happy, dass ich Folge Dein Herzen damals von ihr bekommen habe und auch signiert ist und ich hoffe, dass wir uns dann auch auf einer Messe über den Weg laufen und irgendwie Zeit haben für einen kurzen Kaffee und ja, das dann einfach genießen können, dass das Miteinander und ja, das gehört einfach dazu und ist auch einfach wichtig und ja, das waren sie so im groben Highlights des Jahres, des Lebens. Ich könnte jetzt natürlich alle 26 euch vorstellen, was sie zu erzählen haben, das wäre ja unermesslich, also dann, ja, wir haben ja schon 50 Minuten nur bei den Highlights. Ich wollte wirklich so diese Kernbücher, die etwas ganz tief in mir bewegt haben, vorstellen und glaube, das ist mir auch ganz, ganz gut gelungen. Hoffe ich zumindest. Und wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten und so gab es neben ganz, ganz tollen Highlight-Büchern auch Flop-Bücher. Bücher, wo man eine große Erwartung hatte, die vielleicht nicht eingehalten wurde oder auch Bücher, die einem einfach so gelangweilt haben, dass man sie nicht weitergelesen hat. Ja, ich habe ein paar rausgesucht, wo ich einfach ein paar Sätze dazu sagen möchte. Beginnend mit Zorn und Morgenröte, ein Buch, das unglaublich toll klang nach einer Dystopie im Sandsturm, nach Tausend und Einer Nacht, nach einer tollen Protagonistin, die es diesem komischen Herrscher zeigt, der da irgendwie alle Frauen nach der Liebesnacht den Kopf abhacken lässt, der ihm zeigt, wo, wie das Leben spielt und dies ihm einfach mal so richtig, ja. Nein, natürlich war das Zorn und Morgenröte nicht, denn wir bekommen irgendwie eine Protagonistin, die ganz anders ist als erwartet und auch noch eine Liebesgeschichte eingepackt ist und ich nach einigen Seiten, Wendungen, Gedankengänge dachte, nein, Steffi, hä? Nein, das war absolut nicht mein Buch, habe ich auch nicht weitergelesen. Ich weiß gar nicht, ob es den zweiten Teil mittlerweile gibt, aber bei mir wird es den nicht geben. Ja, auch Ella Ta, ein Buch, das ich als E-Book gelesen habe, ein High-Fantasy-Buch, was für mich persönlich unglaublich langweilig war. Ich war so euphorisch in High-Fantasy, ich glaube, nach den ersten beiden Bänden von Das Lied von Eisenvoll und dachte, ja, da geht es nochmal um Krieg und um Bastarde und um ein bisschen Magie und es war unglaublich langweilig. Ja, Erwartungshaltung hoch. Ja, dann auch eine sehr große Enttäuschung war das neueste Sommerbuch von Page Thun, Sommer für immer, eine Autorin, deren Bücher ich eigentlich liebe, die ich gerne einfach so lese, lache, weine, Emotionen habe und mich einfach zu Hause fühle und Sommer für immer, weil es waren furchtbare Charaktere, es war eine total doofe Geschichte mit Wendungen, die total unrealistisch waren und das habe ich zusammen mit der lieben Miriam gelesen und wir haben uns über WhatsApp dann auch ausgetauscht und haben eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und ich hoffe, dass das nächste Buch dann von ihr auch wieder besser sein wird. Und dann das groß gehypte High-Fantasy-Epos von Patrick Rodfuss. Der Name des Windes. Ich dachte ja, es liegt am Hörbuch. Ich habe das Hörbuch gehört und dachte, oh, die Stimme, es ist sehr unerträglich, es ist sehr langsam und nach drei Stunden hören war ich irgendwie so frustriert, dass ich dachte, komm Steffi, du liest jetzt einfach das E-Book, habe mir noch das E-Book geholt. Nein, es war absolut nicht meine Geschichte. Ich habe, glaube ich, ein Drittel gelesen und danke. Vielleicht war es einfach die falsche Zeit, der falsche Ort. Es war nicht meine Geschichte und es wurde abgebrochen. Auch hohe Erwartungen wurden gesetzt an den neuen Roman von Cody McFadden, Die Stille vor dem Tod. Das ist der fünfte Smoky Barrett-Roman. Lange, lange haben wir gewartet. Der Autor war ja zwischenzeitlich immer irgendwie krank und konnte nicht an der Reihe weiterschreiben. Ja. Ich muss gestehen, das ist eine Reihe, die mich immer sehr an die Grenzen gebracht hat, die teilweise schon sehr eklig war. Ich würde immer so sagen, dass man mit der Kamera auf das Eklige gehalten hat und ich immer gemerkt habe, das geht mir eigentlich schon eine Spur zu weit. Aber es trotzdem mit Handlungen mit einer tollen Protagonistin einfach interessant war, zu lesen, in diese Tiefen der menschlichen Seele abzutauchen. Doch hier war es mir einfach zu viel. Es war einfach unglaublich widerlich, unglaublich eklig. Es war irgendwie gefühlt einfach nur auf Brutalität aus und ich konnte damit nichts anfangen. Also allein, was man der schwangeren Smokey Barrett antut und man sich fragt, welche normale schwangere Frau? Ja. Da fängt schon an. Da dachte ich mir, ach, ach, ja, ich habe es dann auch abgebrochen. Es war sehr enttäuschend. Es hat mich echt, ja, auch irgendwie geäckert und es war einfach nicht meins. Ja, aber von den Flops, den nicht so guten Büchern, mal wieder zu anderen sonstigen Dingen, die ich so ein bisschen dieses Jahr toll fand. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe Audible für mich entdeckt. Das ist für mich wirklich ein Highlight. Das begann im Januar mit so einem Angebot. Die ersten sechs Monate für vier Euro und jetzt ganz normal zehn Euro und im Grunde immer ein wunderbares Hörbuch auf dem Handy. Und das ist wirklich brillant. Ich habe das Handy in der Regel immer dabei. Ich habe immer Kopfhörer dabei. Ich kann überall hören. Ich kann auch immer meine Bluetooth-Lautsprecher hören, wenn ich zu Hause bin. Und ich habe wirklich gemerkt, wie gut mir das gefallen hat. Wie gut es mir gefallen hat, dass ich die Geschwindigkeit hochdrehen konnte, wenn mir die Sprecher zu langsam sind, wie ich einfach in meinem Tempo höre, so wie ich auch in meinem Tempo natürlich lese, dass man wirklich fast jede Neuerscheinung als Hörbuch hören kann, dass ich wirklich auch einfach mal so Hörbücher, wo ich dachte, oder Bücher, wo ich dachte, ob du dir die gleich ins Regal stellst, so, das ist doch vielleicht was, was du dir vorlesen lässt, wie zum Beispiel wirklich bei Elias und Laia, wo man auch zwei Stimmen hat oder Mieses Karma von David Safir. Also, ja, ganz viele tolle Hörbücher sind bei mir eingezogen dieses Jahr, die neue Reihe von Cecilia Erhören. Und, na, man könnte das mal grob durchgehen. Und es hat immer Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, wie gerne ich gehört habe. Ich habe gerade auf den Sommer hin dann auch mal zwei, drei Bücher gesammelt, damit ich im Garten liegen kann, hören kann, Augen zumachen kann. Ich kann im Zug sitzen, kann hinausschauen, trotzdem hören, wo man sich vielleicht nicht mit einem Buch hinsetzen würde. Man kann immer und überall hören. Man kann während man vielleicht selbst Auto fährt hören. Ich weiß, das machen viele. Ich persönlich nicht. Außer bei Elias und Laia. Da mussten es dann auch die zehn Minuten im Büro sein, die ich unbedingt hören musste. Bin ich dabei eher Musikhörer im Autofahren. Aber, ne, aber das fand ich großartig. Ich finde, ich habe eine Entdeckung für mich, wo ich total heavy bin, dass ich Audible entdeckt habe. Auch wirklich toll dieses Jahr waren diese vielen, vielen Lesegruppen, die es gab, diesen tollen Austausch über Bücher, dass man miteinander gelesen hat, ganz egal über Facebook, über WhatsApp, über YouTube, ganz egal, wo man sich ausgetauscht hat. Ich fand es großartig. Ich mag unseren Leseclub von Phil, Alicia und mir. Der Gedanke hier ist ja, wir schlagen Subbücher vor, die schon lange auf unserem Sub liegen, die wir aber irgendwie lesen wollen und vielleicht uns einfach motivieren wollen, mit anderen zu lesen. Auch die Passage Trilogie war eine Lesegruppe, wo ich mich total gefreut habe, wie sich die dann entwickelt hat und wirklich so der Stein von vier Menschen weitergelesen haben und bis zum Ende durchgezogen haben und es so einen Spaß gemacht hat, sich auszutauschen. Und auch wenn man nur zu zweit gelesen hat, es war immer wieder toll und es ist wirklich so schön und ich freue mich, dass sich das so gefunden hat, dass man sich gegenseitig motiviert, dass man sich mitnimmt auf diese Reise, dass man diese Reise zusammen erlebt, vielleicht sogar intensiver erlebt, weil man einfach genau das tut, was einem ja im Privaten irgendwie fehlt, dass man sich nicht immer über jedes Buch austauschen kann und ich freue mich auch auf die Lesegruppen, die da kommen. Im Januar kommt Terror, im Februar wird Red Rising 2 gelesen und ich freue mich da einfach drauf. Gerade finde ich auch diese Wälzer, die das ja immer alles sind, die, ich glaube, mit denen tut man sich wirklich gut, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen anstachelt, wenn man Leseabstitte einteilt und wirklich sagt, hey, der hat das schon gelesen, ich muss jetzt nachziehen, muss in Anführungszeichen. Und das fand ich dieses Jahr wirklich toll. Es gab schon immer mal auch in der Vergangenheit Bücher, die man zusammen gelesen hat, aber das fand ich, ist dieses Jahr wirklich sehr aufgefallen, dass sehr viele Bücher gelesen wurden und es gab auch wunderbare Pillow Talks mitten in der Nacht bei unserer New Adult Challenge und das gäbe es eben nicht, wenn man nicht einfach miteinander lesen würde und ich denke da an so manche chaotische Sprachnachricht und ja, es hat einfach Spaß gemacht und ja, war auf jeden Fall ein Highlight. Dann natürlich waren auch ein oder mehrere Highlights, die Buchmessen und auch die Booktuber-Treffen. Die Buchmessen fand ich beide dieses Jahr großartig. Der in Leipzig war ja bei mir eher der Fokus auf das Treffen von Autoren und Verlagsmitarbeiter, natürlich auch das Booktuber-Treffen. Da war ich ja aber tatsächlich viel mehr allein unterwegs und habe wirklich Termine gehabt mit Autoren, die ich gerne treffen wollte und natürlich auch umgekehrt und in Frankfurt habe ich diese zwei Tage der Freitag, den ich großartig fand, wo ich ganz viele tolle Menschen getroffen habe, mit denen ich oder mich viel mehr verbindet als Bücher, wo Freundschaften entstanden sind, auch etwas, was dieses Jahr wirklich sehr groß bei mir an oberster Stelle steht, dass ich Lieblingsmenschen gefunden habe über Booktube und die so in meinem Privatleben Platz haben, wie eben auch Menschen direkt, die halt nur fünf Meter weiter wohnen und es ärgerlich ist tatsächlich, dass wir alle so weit auseinander wohnen, aber dann in Frankfurt alle irgendwie zusammen waren, es war total anfangs ganz merkwürdig, dass man da jetzt zusammensteht, dass man am gleichen Bahnhof stand, dass man miteinander irgendwo entlang gelaufen ist, man immer sich mal angeguckt hat, du bist wirklich da und das war so schön. Ich fand wirklich, diese Begegnungen geben einem immer so, so viel dieser Austausch und man ist umgeben von Büchern und natürlich auch in Frankfurt die Autoren, die ich getroffen habe, mit denen ich im Gespräch war, auch die Verlagsmitarbeiter, das ist immer wieder toll, dass, da merkt man einfach, man ist nicht allein vor dieser Kamera, sondern es ist eben auch noch was um einen und das macht eben das, was man hier jetzt so ganz alleine macht, irgendwie zu etwas anderem, zu etwas, es geht in einen anderen Blickwinkel und man fühlt einfach, es ist eben was anderes, als nur vor einer Kamera sitzen, sondern, dass man eben alle eine Leidenschaft hat und ja, diese Leidenschaft eben auch einfach miteinander teilen kann und so war es dann zum Beispiel auch bei den vielen Hangouts, die es in diesem Jahr gab, egal, ob man mit dabei war oder ob man zugeguckt hat, dieses live interagieren, auf Fragen reagieren, dieser Austausch, dieses Miteinander, natürlich ist man, wenn man selbst in einem Hangout ist, auch nur vor einer Kamera, man agiert aber mit den Menschen im Hangout, mit den Leuten im Chat und das ist einfach unglaublich und wirklich toll, fand ich hier auch meine drei Autoren-Hangouts, die es bereits gab, unter dem Motto Steffi Talks with Autors, was im neuen Jahr weitergehen wird und das ist auch so, das ist so, es ist total merkwürdig, man spricht da mit Autoren, das gab es ja früher so gut wie gar nicht, da gab es auch kaum Gespräche auf Messen mit Autoren und jetzt hat man so, nicht jeden Autor, aber viele Autoren zum Anfassen nah und das finde ich so großartig, dass man merkt, das sind auch Menschen und nur Menschen, in Anführungszeichen, die halt einfach auf der anderen Seite des Spiels sitzen und das ist einfach was, was mich unglaublich berührt hat, sehr begeistert hat, dieses Jahr und wirklich beide Messen wirklich ganz tief in mir auch dieses Jahr einfach besonders waren und auch wenn ich da kein großer Vlogger oder sonstiges bin, sondern immer nur die Eindrücke rüberbringe, finde ich es auch toll, wie euch diese Berichte dann immer gefallen und ich dann immer selbst auch mal, wenn ich so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, darauf zurückgreife und ja, ein großes Highlight war natürlich auch die Game of Thrones Hangouts, total klasse, erst Montag nachts, dann Dienstag abends und wir hatten glaube ich alle immer so viel Spaß dabei und haben da wirklich, ach toll, wenn man da so miteinander über irgendwelche irren Dinge spekulieren kann, diskutieren kann, einfach großartig, also ganz egal, welche Art von Hangout, auch als Zuschauer finde ich Hangouts immer toll, wie zum Beispiel bei Booktube Live, wo ich einfach sage, dass das macht einfach Spaß oder ne, das ist einfach großes Kino und diese Live-Funktion finde ich persönlich auch wirklich schön und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr mit diesen tollen Hangouts auf jeden Fall weitermachen werden und uns da dann auch zum Lachen bringen, denn ja, das schafft Thorsten auf jeden Fall was in jedem Hangout und nicht nur im Hangout, auch in allen anderen Dingen. Manchmal bringt er mich auch zum Weinen, wie letztens mit einem Video, was sehr berührend war, aber das schweife ich natürlich aus. Ja und da sind wir eigentlich schon beim großen Highlight, das waren einfach die Menschen, die ich dieses Jahr durch Booktube getroffen habe. Egal, ob es über das Gucken war, ob es über WhatsApp war, über Facebook war oder dann auf Messen war, auf Booktuber treffen war oder auch einfach mal so, wenn man unter dem Kölner Dom eine Cola trinkt oder in Regensburg ja, einen ganz leckeren Kuchen isst und das ist einfach etwas ganz Besonderes. Da merkt man, dass da in der Welt eben nicht alles schlimm, traurig und böse ist, sondern dass, ja, wie Sam in Herr der Ringe sagen würde, da ist etwas Gutes da draußen, Herr Frodo und das Gefühl habe ich eben bei diesen Menschen auch, dass da draußen nicht alles schlecht ist, dass man sich zu Hause verkriechen muss, dass man Angst haben muss. Natürlich sollte man aufmerksam sein. Ich will das jetzt gar nicht schönreden, was auf unserer Welt passiert, aber es sind einfach Menschen, da, wenn morgens in einem Chat irgendwo steht, hey, guten Morgen, ich wünsche dir einen tollen Tag, da lächelt man erst mal hinein und denkt sich, oh ja, wünsche ich dir auch und antwortet und das gibt einem einfach so viel oder wenn tolle Karten zu Weihnachten bei einem einziehen, die einen allen zum Strahlen bringen, da muss gar nichts dabei sein, einfach nur wunderbar eine Karte oder wirklich liebe Chat-Messages oder auch via Facebook der Austausch oder im privaten Hangouts, das ist einfach, man merkt, da sind Menschen, die wichtig für einen sind und für das Leben und auch umgekehrt, wo man merkt, man ist einfach wichtig und auch wenn wir Kilometer entfernt voneinander entfernt wohnen, war das jetzt richtig, gehört man doch irgendwie zusammen und man sucht sich die Lieblingsmenschen eben einfach aus und lässt sie in sein Herz und das ist mir dieses Jahr, das tat mir und tut mir unglaublich gut und ich finde es einfach schön, da Menschen zu haben, die ich habe, weil ich sie, also ausgewählt, das klingt so blöd, aber ihr wisst, Kollegen hat man ja um sich, an Dingen kann man nicht viel ändern, Familie ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, ja die hat man halt, bei manchen zumindest und bei diesen Lieblingsmenschen, da ist man aber einfach im Herzen verbunden und merkt, da gibt es irgendeine Macht, die einen zusammengebracht hat und das ist einfach so schön und ja, ich danke allen Lieblingsmenschen, Herzensmenschen, ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen, auf jeden Fall auf diesem Weg und hoffe, dass wir auch ein tolles 2017 haben, tolle Treffen haben und das gilt aber nicht nur für Booktuber, sondern wirklich, oder für Autoren, sondern natürlich auch für Zuschauer, von denen ich tolle E-Mails bekomme, tolle Facebook-Nachrichten, wo dann der Austausch auch einfach mal über diesem Weg stattfindet, was mir es natürlich immer ein bisschen schwer macht, ist, wenn man kein Gesicht dazu hat, aber ich finde es immer toll, wenn da liebe Kommentare kommen, tolle Nachrichten kommen, man da einfach, ja so ein Miteinander hat und wie gesagt, man muss nicht Booktuber sein für einen Austausch, sondern es ist egal wie, wenn man einfach sich sympathisch findet, und einfach ein paar nette Worte für den anderen übrig hat, ich finde, dann ist so der Tag auch immer für einen selbst schon gerettet. Ja, das so zu den Highlights, zu den tollen Dingen in diesem Jahr, natürlich war dieses Jahr auch, gerade wenn man mal weg von Booktube, von YouTube geht, natürlich schon, ja, auch manchmal sehr, sehr schlimm. also mit all diesen Terroranschlägen, jetzt auch jüngst in Berlin, im Sommer in München, Paris, fand ich ganz heftig, war aber glaube ich schon letztes Jahr, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, guck, ich bräis durcheinander, aber es ist so eine gewisse komische Stimmung auf dieser Welt und man fragt sich so Welt, wo tut es denn weh? Und ich habe da erst so ein Bild auf Facebook gesehen und die Welt antwortet überall und genau dieses Gefühl habe ich. Es ist egal, ob man in die USA guckt, ob man nach Asien guckt, in den Nahen Osten guckt, nach Afrika guckt, zu uns, irgendwie hat man das Gefühl, irgendwas läuft da nicht rund, irgendwas läuft da verkehrt und man fühlt sich als Einzelner oftmals so machtlos und man mag sich all dessen, was man für sich für gut und richtig befindet, aber nicht ablegen, nur weil man denkt, oh, ich kann jetzt nicht mehr Zug fahren, weil da wurden Leute erstochen oder was auch immer. Das ist jetzt mein Wecker, der mir sagt, dass mein Timer, dass meine Kamera sich gleich ausschaltet. Ja, dementsprechend sammle ich mich und wir machen mal einen kurzen Break. Ja, entschuldigt, ich unterbreche, aber meine Kamera will ja nach einer gewissen Zeit immer. Ja, wir waren auf den schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesen schlimmen Dingen immer froh, dass noch niemand in meinem nahen Umkreis betroffen ist, dass es allen danach gut ging, dass es wirklich immer die große Sorge. Ich glaube, wenn man vielleicht selbst verstrickt wäre, wäre es gar nicht so schlimm, weil wenn man halt tot ist, ist man tot, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn aber halt es liebe Menschen irgendwie, ja, das ist, ja, die Welt ist in meinen Augen tatsächlich ein bisschen aus den Fugen geraten. Ich glaube, wir wissen manchmal selbst nicht mehr, wollen wir informiert sein oder wollen wir einfach nichts mehr von all den Dingen hören. Ich bin da jeden Tag in so einem Dialog mit mir selbst. Es sind sehr schöne Gespräche, wo ich mir denke, auf der einen Seite möchte ich wissen, was auf dieser Welt passiert. Ich möchte aufgeklärt sein, ich möchte informiert sein, ich will wissen, was los ist und auf der anderen Seite denke ich mir oft, heute nicht. Du willst nicht wiederhören, wo Krieg ist, wo irgendwo ein Attentat war, wo irgendwer wem angezündet, das willst du nicht wissen. Und es ist bei mir wirklich tagesabhängig. Manchmal mache ich Vogelstrauß und will meinen ganzen Tag nichts hören, schalte auch kein Radio, keine Nachrichten ein, gucke ein wenig Game of Thrones, denn da weiß ich, danach stehen die Leute alle wieder auf. Ja, es mag irgendwie, in meinem Kopf passt es persönlich nicht zusammen, aber das ist so ein Gefühl, was ich in 2016 sehr oft hatte, dass meine eigene Überzeugung manchmal meinen Kopf nicht überzeugen konnte und einfach so dieses, du willst es einfach nicht mehr sehen und nicht mehr hören, manchmal gewonnen hat an manchen Tagen und man dann einfach nur schöne Dinge gemacht hat. und ich glaube, unser Hirn ist da eigentlich sehr gut, die das dann so ein bisschen auseinanderdividiert und versucht, was zu schlimm für einen ist, das auch auszublenden. Und ja, es ist aber kein Grund für mich, mich irgendwo zu verstecken, nicht mit dem Zug zu fahren. Man hat aber, ich persönlich, schon manchmal ein komisches Gefühl, im Zug zu sitzen oder auch durch Frankfurt waren auch manchmal so, wo man sich denkt, hm, ja, es sind halt die Großstädte, wo man sich glaubt, dass da am ehesten irgendwas passieren könnte, als vielleicht da, wo ich eben wohne. Und ja, das ist einfach so, da dazu, dass das wirklich irgendwie ein komisches Jahr war, was so diese Dinge angeht. Und dann sagen ja sehr viele, es sind so viele Berühmtheiten dieses Jahr gestorben, auch das ist komisch. Und ich hab mir tatsächlich mal ein paar Menschen rausgesucht an Promis, wo es bei mir auch so ein bisschen so diesen Schreck-Moment gab, was ich, glaub ich, ganz schlimm mal war mit Kurt Cobain, wie er gestorben ist. Da dachte ich auch immer so, what? Dann ging es ja so ziemlich danach weiter mit Michael Jackson. Das war so ein ganzer Tag, wo man da, hä, ehrlich? Was? Echt? Echt? Wo man gar nicht glauben konnte und ich glaube, ganz viele von uns wissen auch, was haben sie am Tag gemacht, wie Michael Jackson starb? Ähnlich wie der 11. September. Und so war es dieses Jahr. David Bowie war so ziemlich der Erste in diesem Jahr. Ganz schlimm getroffen hat mich Alan Rickman, den wir, glaub ich, aus sehr vielen Filmen kennen. Als Severus Snape, aus Harry Potter, aus Dogma, aus Sinn und Sinnlichkeit, aus Sweeney Todd. Er hat die Stimme in Alice im Wunderland Absalom gegeben. Robin Hood, da war er tatsächlich der böse, schwarzhaariger Mann, den ich total gruselig fand als Kind. Das hat mich echt, ich weiß nicht, ich saß in der Arbeit und es kam eine WhatsApp-Nachricht und ich lese die und denke, was? Und habe dann tatsächlich in der Arbeit mal schnell geguckt, was tatsächlich, er ist echt gestorben. Und ich erinnere mich an ein Interview von ihm, wo er irgendwie erzählt, wenn er mit 80 im Schaukelstuhl sitzt und Harry Potter liest und seine Enkel sagen immer noch und er sagt immer und ich kriege schöne Gänse an. Das war so ein Moment, das fand ich, ich kenne diesen Mann nicht und da kann mich auch jeder für verrückt halten, aber das berührt einen und das sind Menschen, mit denen man eben auch schöne Momente erlebt hat, auch wenn sie davon nichts wissen, aber wir. Und dann ging es weiter mit Harper Lee, das ist eine Autorin, Umberto Eco, Der Name der Rose, das war eins mit der ersten Bücher, die ich unglaublich grandios fand in meinem Jungalter, auch die Verfilmung mit John Connery, Christian Schlater, glaube ich, auch mal gespielt. Großartig, Peter Lustig, ein Held aus der Kindheit, ich habe Löwenzahn geliebt, der Mann hat mir die Welt erklärt, als ich ein Kind war und das war, das sitzt man so vor dem Fernsehen und denkt, das kann doch nicht sein, also das denkt man sich auch bei Menschen in der nahen Umgebung, aber das ist so, mit denen verbindet man eben ganz spezielle Momente. Roger Zitzeru mit 45, einfach über Nacht, also einfach so jung und ich fand den so großartig, ich habe den, seine Jazz-Interpretation so geliebt die letzten Jahre und ich hätte ihn unglaublich gerne nochmal live gesehen. Prinz ist gestorben, Muhammad Ali, Cassius Clay, unfassbar, ich weiß, wie meine Mama mir von dem immer erzählt hat, dass sie da Nächte aufgeblieben ist, als junges Mädel und Kämpfe angeguckt hat und ich Biografien von ihm gelesen habe und diesen Mann so stark und eigensinnig und stur empfand und dachte, hey, er ist der Greatest und mich das auch so berührt hat, Götzke Orge, als Schimanski kenne ich ihn noch und meine Mama natürlich den auch toll fand und man das dann auch angeguckt hat, Bud Spencer, jetzt gehört nicht zu meinen Lieblingsschauspielern, aber als Kind habe ich mit meinem Papa sonntags oftmals diese Terence Hill Bud Spencer Filme geguckt. Heutzutage finde ich die ein bisschen, naja, gucke ich mir sie nicht mehr an, aber das war, das ist so unglaublich. Gene Wilder, eine tolle, ein toller Schauspieler, den man aus Bonnie und Clyde kennt und den ich das erste Mal im Original Charlie und die Schokoladenfabrik als Willy Wonka erlebt habe. Im Remake hat sie dann Johnny Depp gemacht, wo ich so dachte, was der, das hat man auch gar nicht so erwartet und es sind auch manchmal oft so Menschen, die man immer wieder sieht, gar nicht so, also nicht wie so ein Brad Pitt und Charlie Depp, die so präsent sind, aber die eben im Unterbewusstsein was mit einem gemacht hat. Leonard Cohen, der, der eines meiner absoluten Lieblingslieder als erstes gespielt, gesungen, erfunden hat, nämlich Halleluja und dann hat er auch noch Bird on a Wire gesungen und gerade Halleluja ist ja ein Wahnsinnslied, das ich zum Beispiel in Berlin letztes Jahr gehört habe, als ich auf den Berliner Dom zugelaufen ist, ist so ein Riesenpark und dann spielt ein Straßenmusiker dieses Lied und ich habe im Inneren gefühlt, hier und jetzt bist du richtig, das ist dein Lied, das ist dein Moment, das ist dein Leben, das klingt total doof, aber das war so ein Moment und er hatte so tolle Alben, die ich unglaublich gerne gehört habe und ich, wo ich dachte, jetzt ist, ja, und dann Fidel Castro, der letzte Rebell der Revolution sozusagen, habe ich auch ein paar Biografien gelesen, ich fand dieses, ja, ich fand das großartig, natürlich, weil mit seiner Politik und mit dem Kommunismus immer alles so gut war, seid es mal dahingestellt, würde ich gar nicht sagen, dass ich das gut finde, aber allein, wie er das so geschafft hat, was sein Gedankengut war, überhaupt da hinzugehen und wie war der Revolution zu sein und auch mit Che Guevara und ich war selbst schon auf Kuba und, ah, das ist total irre, dann relativ aktuell Shasha Gabor mit 99 Jahren, eine Schauspielerin, eine Diva, schlechthin, als sie jung war und was ich, wo ich einfach auch ein bisschen schockiert war und dann ja mega aktuell George Michael, auch noch relativ jung mit Anfang 50, klar kann man jetzt sagen, der Mann hat so viel Drogen in seinem Leben genommen, es war kein Wunder, will ich auch gar nicht abstreiten, aber das ist, das sind so, Musik, wenn ich da an Freedom denke oder an dieses geile Video, das ist, glaube ich, Freedom mit den Models, wo man ihn selbst gar nicht sieht oder Where I'm Last Christmas kennt von uns jeder oder Wake Me Up Before You Go Go und das ist so, ja, und jetzt denken wahrscheinlich viele, ach Steffi, die Promis, wem interessieren die denn und ich stimme da eigentlich zu, ich verstehe oftmals dieses Getue und Prominente und wenn sie sterben, nicht, aber und da kommt mein Aber und alles von dem Aber zählt, dann, ich habe gleich von einem anderen Video gesagt, ich muss ehrlich sagen, dass man mit diesen Menschen eben manchmal sehr viel verbindet, egal ob es Sänger sind, Schauspieler, ob es einfach vielleicht Sportler sind wie bei Muhammad Ali, man verbindet mit diesen Menschen etwas und die prägen einen, die nehmen einen mit und dementsprechend berühren sie einen eben auch und dann ist es durchaus auch in Ordnung, dass man eben mal so eine Stunde, zwei oder auch drei da sitzt und sich denkt, jetzt ist er einfach tot und jetzt ist er nicht mehr da und es wird kein Film mehr mit ihm geben, es wird kein neues Single von ihm geben und das ist total irre, also dementsprechend darf einen sowas einfach auch mal berühren und mitnehmen und man sollte das auf keinen Fall irgendwie verteufeln und jeder muss das eben einfach für sich selbst verarbeiten und mitnehmen und begreifen und in sich aufnehmen und deswegen war mir dieser Teil in diesem Jahr auch einfach so wichtig, weil es tatsächlich gefühlt sehr viele in diesem Jahr erwischt hat und ich das sehr traurig finde. Natürlich auch für alle die, die direkt in der Familie jemanden verloren haben und da gewisse Trauerprozesse natürlich ganz anders sind, wenn man lieben Menschen, ein liebes Tier verliert, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn da irgendein Promi stirbt, aber das gehört wohl einfach so zum Leben dazu und so auch zu diesem Jahr. Ja, das war nun mein Jahresrückblick 2016. Ein Jahr ist vorbei und ich hoffe, wir stürzen uns gemeinsam in das neue Jahr. auf viele tolle Bücher, Hörbücher, E-Books, Buchverfilmungen, auf Messen, auf Booktuber-Treffen oder einfach in Hangouts oder beim nächsten Video. Ich hoffe, wir haben ein tolles und schönes neues Jahr und ich wünsche allen einen guten Rutsch in das neue Jahr und dass ihr da gut ankommt, toll durchstartet und ja, dass all das macht, was euch vielleicht in 16 irgendwie gefehlt hat oder ihr für euch selbst vielleicht in 16 irgendwie gerne anders gemacht hättet. Das war sozusagen das letzte Video auch in diesem Jahr, denn die Bücherwoche wird dann voraussichtlich erst am 1. Januar, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, online gehen und ja, das war der Jahresrückblick. Wenn ihr mir vielleicht noch erzählen wollt, was euer Highlight des Jahres war oder eure Highlights an Büchern, an Filmen, an Musik, an Begegnungen, immer gerne her damit, würde ich mich sehr, sehr in den Kommentaren drüber freuen und wünsche euch nun nochmal einen guten Rutsch, einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann natürlich im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? We'll take a cup of kindness yet For old lang syne For old lang syne my dear For old lang syne We'll take a cup of kindness yet For old lang syne For old lang syne For old lang syne We'll take a cup of kindness yet For old lang syne For old lang syne Should old Hang syne Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne Should old acquaintance be forgot and never brought to mind Should old acquaintance be forgot and Auld Lang Syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet, for Auld Lang Syne